hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge mafia 3 schön dass ihr wieder eingeschaltet habt schön dass ihr dabei seid euer transek für euch ja mike und heute geht es weiter wir müssen konfrontieren den papi simmons das ist wohl der ober mufti hier und ich denke mal ich mir mal so ein bisschen verstärkung hier ich habe so ein paar kleine nebenmissionen natürlich hier jetzt nicht aufgenommen weil sonst wenn das glaube ich 164 let's play folgen deshalb mache ich hier nur die wichtigsten sachen nein was machst du denn wie kann ich den denn jetzt das ist geil das ding okay das wollte ich jetzt gar nicht ich wollte mal eben hier hilfe holen geld habe ich eigentlich genug ich brauche ein paar schützen für ein ziel in barclay wird auch jede menge polizei durch die gegend hauptsache die holen keine polizei das ist schon wieder scheiße und los schnell weg hier mein reifen ist schon wieder durch hier mit dem thema aber die karre hat richtig viel dampf so da fahren wir gleich wieder hin schon mal eine neue karre neue reifen neues glück so ist dein wagenboss ich weiß dass du schätzt so ist es kannst den anderen mitnehmen so ich hoffe die polizeiliche ermittlung ist mittlerweile aufgelöst das sind ja auch nicht gerade weniger geworden hier die ganze zeit solchen scheiß von wegen rauchen verursacht krebs eine menge dinge können dich töten genau ich könnte unser bus kommen ein haus könnte über mir einstürzen jemand könnte dir eine kugel in den hinterkopf schießen das ist echt doof mal gucken ob ich da irgendwo anders reinkommen da fährt dauernd die polizei lang das ist echt nervig oh ja da ist doch schon mal gut so nice da kommen wir hier nämlich ein bisschen besser rein in die ganze geschichte da ist einer ok ah ich habe die ein bisschen früh geholt glaube ich dieses mal oh sind das viele zwei wachposten haben wir schon da alleine da kommt jetzt einer so kommt keiner da sind noch zwei diese blöde polizeiliche ermittlung jedes mal das ist echt nervig da sind zwei da sind zwei da kommt auch einer so von da kommt keiner ok der guckt hier aber genau her jo das sieht gut aus da habe ich eine chance so einer von beiden hat es hoffentlich nur gehört und nicht beide komm her nicht beide komm einer hat er das gesehen hier hinter ist besser sonst habe ich nämlich keine chance so wo sind die da kommt einer so da kommt keiner da kommt auch keiner ok da ist der waffen schrank wie ist es noch keine polizei gerufen so ok komm her ja ist weg dann war es das mal zurück und sie nach da oben ist der papi jawohl ja 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 ok da ist der waffen schrank da kommt keiner da müsste ich irgendwie rein in diese blöde putze oh shit oh rein da rein da rein da rein da rein da so mach auf den schrank mach auf den schrank mach auf den schrank mach doch auf alles anziehen jawohl so ok jetzt haben wir eine chance ok ey das war knapp das war richtig knapp ich bring seinen arsch zu schlag ob er da drüben ist er ist oben ok hier kommt erstmal keiner irgendwie muss ich da jetzt rauf da kommt er so den schnapp ich mir so ohne da ist noch einer sucht dann eine andere stelle leute auch wenn die jetzt von oben kommt dann habe ich natürlich ein problem das kommt von oben jo der kommt da jetzt runter ok habt ihr mir schön den weg gezeigt oh da kommt der nächste schon hier muss ich so alle machen so ok da ist einer da ist noch ein wachposten da oben ist er sauber sauberer treffer so jetzt sehe ich mal zu dass ich da langsam raufkomme wie kommt die da denn immer rum ist oh fuck oh geht da rein verstärkung ist angekommen scheiße fuck das ist mal richtig schitte danke hier ich habe mich getroffen die entdeckung jawoll sauber sauber da ist noch einer wachposten ich sehe ihn da ist er da ist er jo so screaming semi habe ich auch noch da ist noch ne die sind alle was ist das hier sprengladung sprengladung ist das ok denn nämlich mal molotov aber ich glaube jetzt erst mal ruhe oh ich habe keine munition mehr das ist ja mal richtig schlecht ich muss erst mal ein paar leute finden mit munition oh shit ok ok ich gehe es er muss hier irgendwo sein jungs da ist er so da kommt zwei leute ich bin leer geschossen eine Minute ich bin leer geschossen oh ah weg 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 du bist tot du weißt es nur noch nicht ich zieh den kopf ein ich brauche unbedingt munition scheiße keine munition mehr ja zeit zu sterben arschloch ich denke das war's dann gut viele stellen zum nachsehen na ich stehe in deckung komm her keine spur von ihm na nun hau ab vielleicht sollte ich mal da drüben sichtkontakt hierher zeit zu sterben arschloch scheiße zeit zu sterben arschloch du hast von der waffe gibt die her so sehr schön knapp in dir von der anderen seite komm her ich gehe in deckung 5 schuss habe ich noch so einer ist da noch da ist noch munition ich halte die augen nach ihm auf so zwei sind da noch okay da ist der waffenschrank haben wir hier noch irgendwas das ich mitnehmen kann ne wie komme ich da denn ach da hinten muss ich hoch da ist adrenalin sehr schön nice oh Gott er ist tot jo er ist tot er ist tot habe ich noch ein was habe ich hier denn überhaupt noch ach granaten habe ich ja noch sehr schön oh 13 schuss okay die kann jetzt kann ich wechseln ich habe wieder munition so den haben wir gleich ich halte die augen nach ihm auf geh zurück und schau da drüben nach gott verdammt wir müssen dieses arschloch verdächtig das ist verdammt verdächtig wer hat ihn entwischen lassen wer hat ihn entwischen lassen hier schnappt ihn euch so komm her ihr boy So, jetzt haben wir dich, du Ratte. Puppi, jetzt haben wir dich. Jetzt werden wir deine Müllkippe einnehmen, ja. Boah, heftig. Barrio, Abfallbetriebe gesichert. Jawohl. Jetzt kommen unsere Bros. So, die geben wir Vito Burke. Kriegt das Ganze. Immer schön gerecht verteilen hier. Ich schicke meine Jungs da raus. Aber du sollst wissen, dass ich nicht zufrieden damit bin, wie unser letztes Treffen lief. Es war fluchtschwer, das nicht persönlich zu nehmen. Ah, stell dich mal nicht so an, ja. So, gib mir die Kohle. Und schon gehört das Barrio uns. Ja, meine Lieben, damit verabschiede ich mich dann auch in die nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch nächstes Mal wieder rein. Und bewertet das Ganze mit einem Daumen. Unterstützt das Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran und ciao.